Willkommen liebe Freunde hier zurück bei TTT Trouble in Terrorist Town mit unserer schönen Truppe hier, ich stelle sie nochmal alle vor, der Dennis, der Sarraza, der Taros, der Peyset, der Currywurst und der Tobinator, Full House. Ja, Full House. Wir sind auch keine Waffe. Richtig. Full House. Waaah. Kevin, komm mal runter bitte. Dennis. Pass auf, der Dennis, der will mich die ganze Zeit abschießen jetzt. Guck mal, der rennt mir jetzt schon die ganze Zeit hinterher, Mann. Das ist so erbärmlich, ne? Obwohl es einfach, es hat einfach gestimmt, letzte Folge. Jetzt hat einfach gestimmt. Guck mal, deine Mutter. Kann man hier hoch? Cool. Oh, fuck. Äh, das ist deine Mutter. Oh, Tobi, du bist heute wieder gut gelaunt. Achtung, ich töte Tobi. Oh, Sarraza, I. Pass auf, I. Ich habe nicht mal eine Waffe, lass mich hier durch. Moment, Moment. Für was brauchst du deine Waffe, Sarraza? Ja, um mich zu verteidigen natürlich. Weil du Traitor bist. Ich vertrete da bei TTT genau die amerikanische Theorie. Currywurst Traitor, Currywurst Traitor, Currywurst Traitor. In echt, da sieht das anders aus. Oh, guck mal, ein Herzbart. Aber in echt, der Benni ist hier. Aber cool, oder? Und der Sarraza ist hier. Der Benni hat Dennis getötet. Komm, ich mach'n schön Disco-Shot mit dir, Benni. Nein, darfst du hier nicht. Ich will kein Foto machen, der Benni mit mir. Du musst auf deine Herzklappseite. Ach, ich mach'n Foto mit dir. Warte mal. Ah, Hilfe. Will einer in den Herzworldpool kommen? Ich muss dich... Hallo. Oh, was schiebt? Der Taurus bei mir. Benni ist es. Benni, Benni, Benni. Benni, fuck, nein. Nein. Was? Okay, der Benni ist es. Ja, Benni ist es. Wo ist der, wo ist der Benni? Der Tanzfläschi. Lautzahler Innocent. Wo ist er hin? Die Leichnen messen immer noch. Ach, Mann. Ich hatte keine Munition mehr. Ey, Curry, Alter, du hast Traitor, du Penner, Alter. Alter, guck mal, wie sie aufzieht. Ja, und du hast mich trotzdem einfach abgeschossen. Krass. Ich hab' dich nicht abgeschossen. Der Benni hat auch nicht geschossen. Du hättest mich abgeschossen. Nee, nee. Hättest du mich abgeschossen? 100% hättest du mich irgendwann abgeschossen. HALT DIE Fresse jetzt! Was willst du denn, Alter? Okay, da weiß ich jetzt, was für eine Mission in dieser... Guck mal, hier ist alles Geld beim Taurus. Alter, das war Spaß. Ja, das verruchte ich mal. Nee, Alter, nee, mit dir leck mich jetzt vorbei. Weißt du, er rennt fünf Minuten hinter mir. Freundschaft, so kaputt, alles, gemein. Boah. Nee, irgendwann, irgendwann, weißt du, irgendwann, irgendwann, ich bin ja ein gutmütiger Mensch, aber so. Ja, genau. Aber heute reizt man einfach, so weißt du. Ey, ich wollte die Schrotflinte haben, scheiße. Ich auch. Du kriegst keine Muffins mehr, Alter. Muss ich mir mit der M16 jetzt versiehen. Oh Gott, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Ey, Saratza, geh weg, geh weg, Saratza. Ich will hier weg, Saratza. Wenn ich komme, geh aus meinem Rücken, Saratza, Saratza. Geh du doch, geh du doch, tschüssi an, Alter. Nee, pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Geh weg, ey. Aros? Ja. Der Dennis ist es, oder? Wieso der Dennis, Alter, wieso? Saratza, Saratza, bist du noch da? Ich bin, Alter, ich bin da am Pool oben, guck doch. Ja, der Dennis ist es. Am Pool oben ist keiner, da bin ich nämlich. Hier unten, hier, guck, hier bin ich doch. Bist du blind hier unten rum? Ich bin das. Taros, warum hast du Leben verloren? Ey Leute, verarscht die mich jetzt schon wieder, oder was? Weil ich hab nur runtergesprungen vom Balkon. Tobi? Ja, bin ich auch gerade, ich hab kein Leben verloren. Chewy, Chewy, Lady. Ich war vom hoheren Balkon. Komm hier nicht zu nah, komm hier nicht zu nah. Geh weg. Alter, ist jemand gestorben? Ist er irgendwo in den Shotgun? Der Saratza ist tot. Nee. Okay. Ja, der Dennis hat den erschossen. Was für'n Dennis schon wieder, Alter. Ihr habt einen an der Warte. Wow. Ey. Ey, Curry, wehe nicht. Dennis, das war einfach zu auffällig. Hör doch auf zu. Ey Leute. Oh nein, der Dennis. Das, Patrick. Im Taros trau ich heute irgendwie in der Runde. Ich bin auch mal nie. Sascha ist es nicht. Bleib jetzt irgendwie bei dir. Du hättest mich oben abzahlen können, da waren wir alleine. Ja. Aber der Curry. Wo ist denn der Dennis hin? Wo ist denn der Dennis hin? Nein, ich dachte, Sascha wäre der Dennis. Da! Schon wieder jemand erschossen. Der Saratza hat er lieb. Tobi. Der Schroth hat niemand geschossen. Tobi. Hier raus, hier raus. Der hat die dicken Waffen geholt. Da raus ist Tobi. Irgendeiner hat grad geschossen, irgendeiner hat grad geschossen. Patrick, geh weg. Warst du ehrlich? Patrick, ja. Patrick, dir trau ich auch nicht. Warum denn? Du hast noch nie getraut. Patrick, geh weg. Bestes Spiel ever. Achso. Unsere Beziehung ist irgendwie noch ausbaufähig, oder? Kannst du bitte... Oh, da ist C4. Kannst du das entschärfen? Ja, warte. Ich trau hier nicht. 10 Sekunden, Alter. Geh weg. Was denn? Du willst, dass ich schieße, oder? Boah, da ist C4 im Haus. Ich muss weg, ey. Ja, dass du dich entschuldig fühlst. Hast du, hast du? Aua. Geh weg. Der Dennis ist es. Dennis ist es. Ja, hallo. Das habe ich schon vor 5 Minuten gesagt. Hallo Tobi. Ja, aber das war nicht klar. Dennis ist Traitor. Der hat C4 gelegt. Ja, nur weil du das sagst. Hallo. Der hat den Saratza getötet. Hallo. Patrick. Das hat man noch voll mitbekommen. Ich bin weg. Tschüss. Ja, ich habe es aber nicht gesehen. Du hättest das auch einfach so sagen können. Ja, aber der Waller hat gesagt, er ist damit. Dennis hat dann geschrien und ab dann nichts mehr gesagt. Das war irgendwie komisch. Was wollt ihr denn von mir auch nochmal ab? Okay, hast ja recht. Was ist denn los mit euch? Ah, guck mal. Hier Tobi. Ist das Geld? Geld? Ja. Patrick. Und Tobi. Irgendwie habe ich Patrick. Ich traue euch nicht. Ich traue euch nicht. Aber ihr seid nicht beide. Nee. Bin ich auch nicht. Jetzt hätte ich dir schon nichts aufgeknallen. Ach so. Ja, ja. Dennis. Was war denn der Dennis? Ah, Patrick. Patrick. Tobi. Patrick. Tobi. Oh Gott. Ich habe den Tag nicht gesehen. Ich dachte der Patrick war hinter mir. Alter, mein C4 so, ne? Noch 5 Sekunden. Alter. Ich hatte so Angst. Und der Sascha so. Ich kann nicht erfen. Scheiße, Alter. Ich habe die Bombe entschärft. Ich habe die entschärft. Nein. Sehr gut. Der Sascha. Wie du dich von immer führst. Dennis hat mich umgeschossen. Ja, Tobi. Ja, aber es waren nur 5 Sekunden. Was meinst du, was das ein Druck war? Was? Ey, was? Was? Es waren nur 5 Sekunden. Meinst du, was das für ein Druck war? Bitte was? Hast du was zurückgehalten? Die Wurst wieder, oder was? Ist er wieder am Aufplatzen, Gary? Der war mit seinen Wurst aufplatzen, Alter. Das passiert nur, wenn du die nicht einschneidest. Ey. Was? Iiiiih. So, Taros. Der Mac ist ja wohl der größte Mist. Das war gar nichts bestätigt. Oh, jetzt habe ich Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir. Von mir braucht man keine Angst haben. Ich bin nämlich immer innocent. Immer? 50% aller Fälle. Oh, guck mal was. Ich glaube, in der letzten Runde und in dieser Runde war er noch niemals Traitor. Tobi, warum hast du die Pflanze umgehauen? Ich mag die nicht. Du bist Traitor. Dennis manipuliert die Spiele. Tobi, Tobi hat sich echt... Du hast die Pflanze voll... Dennis hat Wallhack an. Was macht ihr da? Was macht ihr hier, Alter? Warum hängt ihr da die Blumen? D, D, Q, D, I, D, K, F, A. Ey. Warum wirfst du eine Granate? War nur Spaß. Hör auf, Alter. War nur Spaß. Hör auf, ich schwöre dir. War nur Spaß. Ey Leute, hör auf zu schießen. Hör auf, warum hast du gerade geschossen, Sascha? Warum hast du gerade geschossen, Sascha? Ich habe nicht geschossen. Ich habe noch... Warum bist du verletzt? Weil ich gerade... Ich bin gerade runtergefallen. Guck, alle leben noch. Hinter dich, bitte. Frag alle Lesen noch. Alle fragen... Penny, hör doch mal zu. Frag doch, alle leben noch. Frag. Wie, alle leben noch? Ja, aber du gerade meintest, warum ich... Warum ich verletzt bin. Ja, okay. Das stimmt. Peset steht dir bei mir. Peset steht auf mich ein. Ey, hallo, hallo, hallo. Tobi, Tobi, Tobi. Ey, warum schießt ihr hier? Oh mein großer Rohr. Der hat mich einfach nur eine Banane mitgebracht, Alter. Er hat mich einfach nur abgeschossen. Ja, okay. Wer kommt hier noch? Weil er mich umgebracht hätte. Alter, was ist hier los? Warum schießt er denn auf mich? Hast du auf einen Betty geschossen? Ich bin die Bananen. Das? Der Taros hat auch Benni geschossen. Meine Banane. Ich bin die Bananen. Ich töte dich los. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, hier. Wer ist denn hier noch? Tobi, meine Bananen. Die Bananen-Junkies. Ich schmeiß die jetzt vom Berg runter, ist mir egal. Der Benni, der Benni ist los mit dir. Meine Banane. Nein. Banane. Pass mal auf, was ich mit deinen Bananen jetzt mache. Ja, ja, wer kommt... Wer läuft mir da hinterher, Alter? Hä? Hau bloß ab, ey. Curry? Curry? Ja? Komm mal her. Ich weiß nicht, wo du bist. Da ist nur der Patrick. Da ist der Patrick. Ja, da ist die Curry. Guck mal Curry. Guck mal hier. Guck mal, was ich mache. Patrick und Benni sind es, Tobi. Tobi ist so ein Idiot, Alter. Sorry. Warum ist Patrick verletzt? Weiß ich auch nicht. Patrick? Was denn? Patrick, warum bist du verletzt? Weil ich ihm runtergefallen bin. Wo denn? Hier ist gar nicht so hoch alles. Vom Pool, oben vom Dach. Ja, ja. Hm. Okay. Okay, ich geh mal wieder weg, ne? Tschüss. Irgendjemand schießt doch hier gleich, ich weiß das doch. Jetzt ruhig mal hier in die Ecke, mal gucken, wer hinterher kommt. Lieg hierher. Ja, ich geh hier mal in den LKW hier. Hi, Benni. Tobi. Hau ab. Komm nicht so von der Seite. Soll ich von hinten kommen, oder was? Benjamin. Ich glaub Benni ist es. Warum jetzt? Weiß ich nicht, weil du mir mehr hinterher rennst. Guck, schon wieder. Du rennst. Ey. Patrick und Benni. 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 Das hab ich voll nicht mitgekriegt. Das hab ich voll nicht mitgekriegt. Wo ist denn deine Leiche? Der Messer, der ist auf mich drauf gerannt mit dem Messer und hat mich auf einmal angestochen. Ich dachte, der wäre freundlich und dann macht der so ein Relay. Das ist ja cool, das Messer, das kriegt keiner mit dann. Wo ist denn deine Leiche? Das geht echt schnell. Ey, der hat zwei Mal, glaub ich. War ich Stich und ich war down. Also das Messer ist nicht zu unterschätzen, Freunde. Ja, vor allem hörst du halt keinen Krach, keine Schüsse und so. Kein Krach, keine Schüsse, das Messer tötet schnell, oder was? Ja, zwei Mal. Warum willst du das denn so wissen, Curry? Sleigh massive ist hier bei mir? Ich bin mit dem Curry hier. Ich bin mit dem Curry hier. Sleigh massive könnte auch Traitor sein. Ich bin mit denis ab. gracious. Hallo Patrick. Ewig innocent. Ich hasse das Spiel langsam. Ja, ich bin auch noch. Kein sicherer Schuss, ne? Also ist das. Wer? Curry, bleibt mal stehen. Der Taros. Ich schwör dir, bleib stehen. Da kannst du sowas von klicken. Was denn? Der Taros, der warst lang nicht mehr, ne? Ja, und außerdem hat er gerade so komisch gesagt schon wieder innocent. Ich lauf mit dem Curry rum, der Curry ist extrem nervös, finde ich, der Tobi, der Tobi ist bei mir, Leute hört zu, der Dennis, der Dennis, ja wie der Dennis, ich renne dir einfach nur hinterher, ich mach gar nichts, ich bin dir wieder beschuldigt, ey komm ich bleibsch, guck mal ich nehme die Crowburner an, was willst du, ja komm schon, ich lauf mit der Crowburner, das hat's ja voll, und dir soll man verdammt vertrauen, das Lay Massive Benny ist auch hier mit mir, ich bin für Taros und Tobi, die laufen zusammen, genau, Warum, ich hab da überhaupt nichts auffälliges gemacht, komm runter Benny, danke dafür, ich bin ja allein mit dem Walle, der Curry und ich sind hier zu zweit, warum versteckst du sich da so unter dem Pfeiler Tobi, weil ich dir nicht trau, Patrick, was denn, ich dir auch nicht, du Schwein, oh schießt, wer hat geschossen, Patrick schießt, oh, ich bin's nicht, ich bin's nicht, Patrick ist es, und Taros ist es auch, Wer so schlecht ist, ich bin's nicht, okay, Sascha, Patrick, oder was, da, das war so schlecht Sascha, hast mich mit mir gerechnet, Curry ist es auch, nein Tobi, Tobi bist du's, sag mal jetzt, nein, ich war's nicht, wer lebt denn jetzt noch, lebt der Walle noch, alter, Sascha war's, Ja, ich hab den Sascha gekillt, Dennis, ja, hast du gesehen, Sascha war Traitor, wo ist der denn, der liegt hier, guck selber, nö, alter, Dennis ist es, du Wichser, Jetzt beide Drecksäcke hier, ja, gut gemacht, wer war's denn jetzt, ja, der Patrick natürlich, hab ich ja gesagt, ja, am Anfang, alter, ehrlich, Dennis, ja, weißt du, du sagst, du guck selber so, weißt du, als auch, ich hab, ja, ich bin noch weggelaufen, ja, weißt du schon, ich bei dir, alter, du hältst, Alter, wir sind, wir sind zehn Stunden durch dieses verdammte Haus gelaufen, zu zweit, weißt du, alleine, wie süß, Und der vertraut mir trotzdem nicht, so ist das, ja, Playmassive Truck ist das, ne, diese bekloppte Musik, ne, die Musik, alter, die Mucke geht echt auf den Zwirn, ja, Oh my god, stopp, alter, was, das gibt's doch nicht, wer hat sich da die Schrotwende geklaut, ich, denn der schieß ich sofort, war der Dennis, Ich will die Musik hier gar nicht, aber jetzt geht's los, Sarats hat geschossen, Sarats hat geschossen, Sarats hat geschossen, Dennis, 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 Dennis einfach mal töten, ne, ich beweg mich jetzt mal ein bisschen mehr, Ich bin, bleib viel zu viel stehen, tut mir leid, was du hast anstehen, was manchmal so angeht, bleibe viel zu viel stehen, Du, ey, ich bin hier mit Benni, mit Benjamin, Benjamin Elefant, hör auf, da war aber noch jemand hinter dir, oder? Benz, geh weg von mir, was willst du so nach, oh god, hier hab ich Angst, ich fühl das mal so geil, Benjamin Elefant, Geh weg, geh weg, geh weg, lass mich hier durch, ja, ja, genau, ich schieß auf den Boden, ich schieß auf die Ruhe, ich schieß auf mich, Ja, dann geh weg, oder ich schieß auf dich, warme dich, ne, hallo, die Karte ist für jeden, ja, kannst du nicht machen, Alter, ich schieß dir einen Fuß, ey, ist meine Karte, ja, Alter, oh nein, nicht der Dennis, oh, ich bin eben aus dem Weg gegangen, Wo kommt man denn hier aus dem scheiß Haus raus, bin mit dem Dennis hier, das ist so ein Irrgarten, Ohne Scheiß, Patrick, oh, die Badewanne ist ja cool, ich warte nur, deine Nase juckt gerade, Hallo Benni, deine Nase juckt, ey, ich werfe meine Waffe weg hier, siehst du, Dennis und Beyzett sind hier, Ja, ich bin's doch definitiv nicht, ich bin mit dem Sarraza hier, ich bin mit dem Sarraza hier, ich bin mit dem Sarraza hier, Ich bin's nicht, Alter, und der Beyzett, den verdächtige ich euch auch, ich verdächtige euch beide nicht so unrecht, Was macht ihr beiden denn hier? Ja, weiß ich nicht, wir laufen durch das Haus und... Ey, Benni und Tobi, ne, ihr seid solche Dreckssäcke, ohne Scheiß, ey, hör auf Tobi, weh, wer schießt Benni, Ich bin doch überhaupt auf Tobi, also, boah, wer schießt, ey, weh, wer schießt, ey, Boah, Tobi, was ist hier los? Tobi, was ist hier los? Tobi, kann's gar nicht sein Alter, wir die Waffe überziehen, ich kriege Affen Ah, Tobi Ach, der Sarraza war immer so, Alter Was soll, was soll, was soll Ah, Tobi Ging denn jetzt hier ab? War der Tobi denn jetzt Traitor, oder was? Ich weiß nicht, ist der Tobi Traitor? Hallo, ich guck mal! Na auf, Alter! Okay, Tobi war Traitor Gut Puh Ey, Dennis, Dennis Ja, von wegen Dennis, Alter, was erzählst du mir? Du schießt aber immer einfach Ja, weil, weil du, du, du warst nur noch am Leben, Mann Ich hab das schon zugehört, Leute Ich war nicht nur noch am Leben Ich war auch noch am Leben Ich war auch noch da, ne? Also, du schießt immer viel zu schnell Ja, ihr müsst mir auch zuhören Über mich meckern, weißt du? Tobi ist es geschrien, ganz laut Ja, ich hab ihn erschossen Sascha war gleich am Anfang tot Jaa Ach stimmt, Alter, fällt mir Ja, ich find, mein Kill war berechtigt, Alter Was ist da los? Ja, aber ich hätt's auch sein Kill Ich hätt's so oft unberechtigt Einfach so ne Feststellung Mein Kill war berechtigt, hab ich gesagt, du Der Finger hat gejuckt, oder irgendwie Ich hab gejuckt Lord Helmchen Ja Ey, ich hörte keinen unberechtigt Also, ihr macht das immer Neeee Das stimmt Überall, ich hab das noch nie gemacht, du Warst das in den letzten Runden immer Ah, zah Ich find, der Dennis sollte die gelbe Karte kriegen Ja, bin ich auch dafür Was sollte ich? Lächerliche Geschwindigkeit Gelbe Karte Orangene Boah, diese Musik, ne? Wicked Lenk nicht ab Ich vertrau dir nicht Ich verumachte dich Ich dich auch, mein kleiner Oh, okay Immer lauf ich auf dem Dennis zu Ich bin mit dem Dennis hier Das heißt, ich bin gleich tot Ja, ja Ich bin gleich tot Curry Da ist er ja schon wieder Curry Patrick Ich hab wieder Allergie Ich hab ein bisschen Heuschnupfen Ein bisschen nervig Zwischendurch Boah, geht doch mal weg Was wollt'n ihr von mir, oder? Das zeigt, dass ich innocent bin Sonst würd' ich keinen Heuschnupfen Ey, warum macht ihr die Tür zu? Ey, seid ihr zusammen, oder? Geht weg, geht weg, Leute Geht weg Geht weg, Leute Geht weg Geht doch weg, Alter Ey, hör mal zu Der Curry und der Patrick laufen die ganze Zeit zusammen rum Der Curry und der Patrick laufen die ganze Zeit zusammen rum Der Curry und der Patrick laufen die ganze Zeit zusammen rum Hallo Und? Guck mal hier, Patrick Der badet im Geld Der unschuldig ist, der badet im Geld Der unschuldig ist Boah, das ist ja schon wieder da Ne, komm, geh weg, komm Ne, ne Saratza, Tobi Hier will ich gar nichts zu tun haben Oh, ne, noch so einer Ey, was hab ich getan? Die Zuschauer wissen, dass ich unschuldig bin Kevin Warum bist du da im Pool ganz allein und ruckst da? Ja, aber nicht im Geld Ich wachs mich Ich wachs mich Ich wachs mich Wollte jemanden wegsnipen, der da hochkommt Ey, in dem Raum, in dem Raum mit dem Herz liegt ne Leiche Ey, hör auf auf meinen Kopf zu zielen 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 Hör auf damit Hör auf damit Hör auf damit Tobi Hör auf damit Hör auf damit Oh Gott, ich falle Ich falle Benni Ich bin unschuldig in dem Geld bahnen Bäh So, ich stell jetzt ne These auf, dass es der Kevin ist Und so, weil die These nicht bestätigt ist, immer auf Kevin aufpassen Ah Ah Was ist denn? Oh Mann Wir sind hier Was war das denn, Alter? Was war das denn zur Hölle? Ah Kevin ist wieder hier Wow Alter Was war das? Was war das denn? Was war das? Ups Sascha Hast du den Kevin jetzt getötet? Ja, habe ich Er war innocent, es tut mir leid Warum? Ja, dann komm doch her, zeig wo du bist Ja, komm, warte, wo bist du? Warte Wer ist denn jetzt alles tot? Tobi ist noch da, ne? Ja, dann bist du echt mal die Leichen untersuchen, dann ist es viel einfacher Für die Innocence hier in dem Raum Innocence? Für die Innocenten Wo bist du denn? Warum ist der Patrick so ruhig auf einmal? Ich will den gerne untersuchen Nein Nein Was denn? Ich untersuche ihn Hör auf, geh weg Du untersuch ihn doch Innocent Du bist Traitor, du musst Traitor sein Warum? Der Tobi lebt doch auch noch Hör doch mal zu Ach ja, die Cam ist weg, weil das Akku ist leer Geh weg Geh weg Ja, ich geh weg Das Problem ist Ich komm hier nicht raus Hör auf, geh weg Ja, ich geh weg Ist gut, ist gut Das Problem ist Da kommst du auch nicht raus Das Problem ist Es gibt nur noch Ja, ja Warte mal Hör mir doch mal zu Hast du alle Leichen untersucht? Nein Auch vom Saratzer Ja, woher willst du denn wissen, dass es zwei Traitor dann noch gibt? Weil ich noch keinen Traitor gefunden habe Es müssen noch zwei Traitor sein Ja, dann untersuch doch mal Saratzers Leiche Ja, wo ist er denn? Ich weiß es nicht Ja, das musst du am besten wissen, weil du ihn umgebracht hast Ach, deine Mutter Ja Und darum weißt du, dass Saratzer tot ist Was für aufzuschießen? Du Pimmelgesicht Scheiße Jetzt ist noch Tobi der Traitor da Bin kein Traitor Nein Wer ist denn sonst noch da? Benni ist nicht mehr da Du hast denn Dennis gerade getötet Ja sicher Weil der Traitor war, stand ja oben Dann ist es ein Spielfehler, dass es nicht weiter geht Ja, ja, komm her Tobi Unfassbar, der Junge Sascha, Sascha komm runter Tobi Ich höre ein bisschen Musik Ob ihr mich jetzt da hinlocken will Nein, musst du ja nicht da hin kommen, wenn du keine Lust hast Absolut kein Problem, Sascha Warte, bist du durch die C4 Bombe geschauben? Ja, ja, ich war schon 10 Meter weg oder so Geil, Alter, ist das Frickskat, ey Geil, 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 geil Da freut sie dich, ne? Ja, ich hab alles richtig analysiert Analysiert Ich hab dich nicht umgebracht Hab ich nicht Wer hat mich... Ach so, ja stimmt doch, das war ich Sorry Einfach von der Seite mit zwei Kugeln Ich hab's genau gesehen Im Spectator Mein Und die vertraue ich, weißt du So, letzte Runde Tobi, ey, das muss ein Spiel Okay, noch einmal hier So, da muss das Spiel wieder sein, dass es nicht weiter geht Tobi, der beste Mann, ey Die ist total scheiße, die Waffe hier Ich beschissen Die ist huge oder die MAC-10? Huge Da, 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 da Ah, ich hänge fest Ich hänge fest, ich hänge fest, ich hänge fest Ey, warum schießt ihr, hör auf Schießt mir nur in den Kopf, wenn du Trader bist Rechts oben, rechts oben, rechts oben Ah, Benni Was ging hier gerade direkt ab? Was hast du gesagt? Dennis hat geballert Da wird getötet, da oben Ja Scheiße Hab ich auch gehört, Benjamin Ey, warum guckst du dir die Leichen an? Ich kann nicht mehr leben Was ist mit dir los, Curry? Ich trau dir nicht Okay, der Dennis war unschuldig Ich hab den gerade gefunden Der Dennis war unschuldig Ist der Patrick auch noch hier? Tobi Tobi, wo bist du? Hier Ey, der Patrick hat den Tobi getötet Hä? Oder? Hä, was? Alter Hä, was? Ja Verteidigt sich nicht mal Ey, ich schieß dich jetzt ab, wenn du nicht gehst Ja, weil du mir nie glaubst Geh, geh, geh Ja, ich geh Boah, Alter Curry ist hier, Vorsicht Ich glaub dir nicht, Curry Ja, und Sascha auch Sascha lebt noch Sascha ist Du bist es doch Alter, das kann doch nicht wahr sein Ja, Sascha war's Alter, wie krass Sascha war's Ja, du Es war so klar War so klar War so klar Oh Mann Aber Benni, ich bin's doch nicht Ach Was war das denn jetzt? Wer lebt denn jetzt noch so? Deine Mutter Echt? New Waker Dein Gesicht Boah, der Kill eben war so episch einfach nur Episch? Goldfisch Goldfisch Also ich bin schon tot Aber Einwerfen das war echt sehr nice gemacht, Patrick Wie du den Tobi umgelegt hast Das stimmt schon Danke, danke Wenigstens Boah, der Hammer Boah Ja, wenigstens so Scheiße Ey, das war so beschissen, Alter Ich hab einfach voll auf dich drauf gehalten Und ich hab einfach auf deinen Schädel getroffen Und der Dig ist nicht umgekippt Wahrscheinlich weil du dieses Vieh davor hast Das war Sascha Aber danke, dass es viel ist Patrick, wie hast du den, ähm, wie hast du den Tobi aus? Die haben alle die Treppe hoch geguckt Und ich hab mir das Messer dann raus gewählt Und hab den dann einfach abgestochen Und keiner hat das mitbekommen, weil das halt laut läuft Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal